Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili. Heute mit einer etwas anderen Art und Weise eines Videos, sage ich mal. Heute mal ganz ungewohnt, ganz nobel und elegant in der Ausdrucksweise und eine kleine Botschaft, die ich an YouTube senden will oder möchte oder wie auch immer. Ja, ich habe nämlich vor einiger Zeit gemerkt, dass mein Skype gerade wieder blinkt. Das sollte natürlich jetzt nicht sein, ich schaue mal schnell. Okay, auf jeden Fall, ja, nochmal zurück dazu. Ich möchte YouTube eine Nachricht senden und zwar, ja, ich habe nämlich schon eine Weile gemerkt, dass die Hater, ja, mittlerweile, keine Ahnung, und die haben Spaß wirklich daran, Videos von kleineren Let's Playern zu haten, worunter Mars und ich jetzt leider irgendwie gefallen sind. Und ja, ich sage es mal so, liebe Hater, das was ihr habt, das ist eine Krankheit, glaube ich. Also ich glaube, ich glaube, euch muss man irgendwie hier so heilen oder so. Ich glaube, ihr müsst irgendwie mal zum Psychodoktor oder so. Da gibt es euch vielleicht eine Ich-hab-mich-lieb-Jacke, mit der ihr dann, keine Ahnung, euch selbst haten könnt. Aber, ich sage es mal wirklich so, Videos von kleineren Let's Playern haten, beziehungsweise allgemein Videos haten, ohne irgendwie einen Grund dazu zu geben, von wegen, äh, ja, deine Aussprache ist total assi, bä, 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 irgendwie sowas. Habt zumindest Eier und bekennt, dass ihr ein Hater, äh, bekennt, bäh, dass ihr ein Hater seid. Da ist ein Käfer, Käfer tot. Ähm, ja, und auf jeden Fall möchte ich euch nur sagen, liebe Hater, mich juckt es einen feuchten Furz, ob ihr die Videos hatet oder nicht, ob ihr unseren Kanal abonniert oder nicht, ob ihr unsere Videos guckt oder nicht. Es ist mir absolut scheißegal. Weil, natürlich freue ich mich, wenn ich andere Leute mit meinen Videos oder mit, oder, ich denke, Mama so freut sich auch, wenn wir Leute wie euch halt mit unseren Videos, äh, ja, Spaß bereiten können, Freude bereiten können, dass wir, keine Ahnung, euch ein bisschen unterhalten können. Aber, Hater, bitte sucht euch ein Hobby und wenn ihr wirklich hatet, habt die Eier und schreibt es in die Kommentare, warum. Ich kann mir vorstellen, dass es sowieso nur welche sind, die sich denken, oh, ein Video, ein Video, ein Video, das klicke ich an, hat's und gehe wieder weg. Also, also, demnach nicht mal die erste Minute gepuckt oder sonst was. Aber, naja, wie gesagt, das ist mir egal und ich denke, Mama so auch. Und, ja, das wollte ich einfach mal sagen, weil ich denke mal, dass es nicht nur uns oder mir so geht. Es ist blöd zu sehen zwar, aber es juckt mich nicht wirklich. Ich möchte euch nur sagen, dass ihr scheinbar irgendwie unter einer Krankheit leidet oder sowas. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall, will ich sagen, sucht euch ein Hobby. Und, ja, ich wiederhole mich schon 10.000 Mal, der war meint. Sucht euch ein Hobby, sucht euch ein Hobby und sucht euch ein Hobby. Von mir aus, hatet dieses Video, von mir aus, de-abonniert mich, wenn euch dieses Video jetzt nicht gefällt. Oder uns, de-abonniert uns, so gesagt. Oder, ja, disliket das Video, hatet das Video, äh, whatever. Macht mit dem Video, was ihr wollt. Ich wollte es einfach mal gesagt haben. Und damit, macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.